Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LuckyBlog. Ja, ähm, ich hab Holz gefunden und ja, da gibt's Fressen. Kann man eigentlich kaputte Armbosse, äh, zu, beide zu einem, äh, guten... Probier doch. Nö. Dafür braucht man dann wieder einen Armboss, oder was? Nö, hier ist noch ein anderer. Oder, was meinst du? Ach, egal. Ja, weil der ist auch kaputt. Ja, gut. Kann man mal rübersehen? Ja, wie? Keine Ahnung. Ich baue mal hier... Und... Und da... Okay, geht doch nicht. Ich versuch mal, ob ich... Bevor mir zu wundern, Leute, ich muss halt was essen, weil ich muss bald... Mh, weg... Mit meinem Hund rausgehen und deswegen... Nüsse ich bisschen... Nebenbei. Ich hoffe, es stört nicht. Also mich stört's nicht. Hat man es denn sehr? Nö. Okay, dann ist gut. Ich bin endlich in meinem Lucky Block drin, ne? In dem großen. Ich gucke, ob da was drin ist. Waaah, wie kommst du da hin? Ich hab Illustra bekommen. Ach so. Mann! Nein! Ich hab auch eine bekommen, aber die Raketen sind mir runtergeflogen. Nein! Warte, ich komm rüber und geb dir ein paar Raketen. Ähm... So, einen Moment. So, ich komme. Ähm... Nein, 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 nein! Nein! Kannst du nicht fliegen, oder was? Ich bin ein bisschen so... ein bisschen dumm. Ah, Mann, ey! Ach, ich sterb jetzt einfach. Äh... Totem... Das... Das kann ich doch in der annehmen, oder? Ja. Hier kannst du ein paar Raketen. So? Neun Stücken. Ich muss mal schauen, ob ich noch auf dem Computer fliegen kann. Ich muss mal schauen, ob ich noch auf dem Computer fliegen kann. Äh... Nein. Kann ich nicht. Nein. Nein. Sterb doch! Äh, lol. Mann! Wie schlecht! Heute läuft's nicht so gut bei mir. Heute läuft's nicht so gut bei mir. Nein! Nein! Langsam hab ich's, glaub ich, raus. Ich weiß noch nicht, wie man... wie ich die Raketen benutzen kann. Ah, jetzt... Nein! Vielleicht Shift, ich weiß nicht. Ich hab mal kein Computer. Ja, ich spiel ja mit Xbox Control, oder? Ein Dorf! Uah, nein! Naja, viel Spaß beim Üben. Ähm... Ja, ich hab's raus, aber... Da ist ein Creeper. Lol. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe Creeper. So! Yes! Ich bin einfach runtergesprungen, und indem ich gesprungen bin, und er gezündet hat, hab ich ihn getroffen, und da ist ein Skelett. Ich ignoriere es einfach. Oh! Schönes Haus! Da gibt's sogar ne Truhe! Nehm ich mit! Und ein Bett! Nehm ich auch mit! Nein! Da ist, glaub ich, noch ein Haus. Ich lasse mich einfach reden. Ich muss gar nichts sagen. Du übernimmst mein Video. Äh? Wo ist grad... Ich hab... Ich glaub, ich hab noch ne... Ich hab noch ne... Ich hab noch ne Elytra und... Äh, 30 Raketen. Äh... Äh... Nein! Jetzt kannst du irgendwann noch ne restliche Raketen. Komm mal her! Äh, gleich! Ich musste grad nen... Äh, nein! 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 Oh! Schon wieder runtergeflogen... Ach, egal! Ich komme! Ja, hier bin ich! Okay, danke! Okay, danke! Ich hab' ja die ganze Zeit besser! Hier hab' ich ein Bett... Und zwei Drohnen... Und zwei Drohnen... Und zwei Drohnen... einsortiert... Schaff' ich's? Yes! Aber... Ja, da hab' ich ne... Und zwei Drohnen... Und zwei Drohnen... Da könnt' ich einschlafen... Da könnt' ich einschlafen... Ja, bla... Das ist gut! Das ist gut! Dann kannst du verzaubern! Ich hab' ne Rose! Was? Ich hab' ne Rose! Also... Ich hab' ein Level... Weil ich Zombies getötet hab'... Weil ich dumm bin... ein Trailer... Flieg' auf die Insel... Äh... unsere Insel... Hier bin' ich! Ähm... Ach... Wir treffen uns bei der Insel... Ach... Wir treffen uns bei der Insel... Au... Komm doch... Siehst du nicht meinen Namen? Dreh' dich auf der... Dreh' dich auf der... Dreh' dich auf der... Insel um... Ja, hier... Bei mir landen! Da ist ganz viel Honig! Cool! Ich geb' zu so nem anderen Rosen! Okay! Ich baue hier ein bisschen Honig ab... Hey! Hier ist, äh... Hier ist ein Kölbete drin, oder? Ich baue das einfach so, um... dass wir hier so ne... Bienenfarm haben! Die Bienen kommen ja eh immer zurück! Ich hab' hier... paar Kürbissen... Wofür braucht man einen Kürbisseinklick? Äh... Für ne Kürbissuppe! Äh... Die ist... Äh... Keine Ahnung... Brauchst du ein bisschen in Erinnern? Äh... Zum Essen... Sonst wüsste ich nicht... Wofür man... Ich hab' hier so ne... ähm... Boah! Ich werd' jetzt alle abbauen... Dann... Boah! Ich dachte grad fast mein Vater kommt in mein Zimmer ein! Ja dann... Dann... Dann wär' die Videoaufnahme... Ne? Ne? Ist ja nicht schlimm... Entsch... Und... Osteank, Bienen... Ich tu da grad... ein bisschen Wolle ab! Ey.. Ich hab' hier sooo viele ähm... von diesen Gems drinnen... Ich kann ja gleich mal zu dir kommen! Ne, meiner... Dann... Wohin will ich noch fliegen? Da ist ein Tempel. Komm zu mir. Wo bist du? Bei meinem Namen. Und wo ist der? Da wo du nicht bist. Ich bin bei so einem der Blackie Blöcke. Ah, hallo. Hallo. Hinter dir. Hi. Ich helf dir mal. Als ob. Dein Ernst? Ach, ich helf dir einfach beim Abbauen. Weil mein Inventar ist wieder so voll. Was bräuchte ich nicht? Brauche ich Schießpulver? Ja. Machst du vielleicht einfach in die Gegend? Ich geb dir einen Knochen für deinen Hund. Mein Hund ist unten und schläft. Ja, nimm dir einfach den Knochen. Werde ich ihm geben. Es ist zu schnell. Ja. Ja. Ich hab schon... Ich hab gleich drei Sticks voll Rainbow Jam. Ja, ich... Äh... Ich geh nach Hause einlagern. Okay. Ich bär noch ein bisschen ab. Und dann... Und dann... Ja. Ich hoffe... Ich hoffe YouTube deaktiviert mal wieder nicht die Kommentare. Ja, das ist schlimm. Aber das Video, was... Äh... Was ich heute... Ähm... Hochgeladen hab... Da hat sie es nicht... Deaktiviert. Ne. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Soll ich, ähm... Den Rainbow-Beton auch abbauen? Nö. Kann ich mir nicht die Hose machen? Ähm... Und jetzt hab ich ne volle Rüstung. So... Ab in den Tempel. Aber das würd ich sagen, mach mal in der nächsten Folge. Ich wär fast gestorben. Ja. Nice. Dann... Bin beim... Dschungeltempel. Ähm... Oh, ich hab meine Elytra gar nicht an. Ah... Ja. Tolles Ende, würd ich mal sagen. Warte, ich bin gleich da. Und dann kommt Part 3. Part 4, Part 5. Wir werden so viele Parts machen, dass wir ne Serie draus machen. Ja, vielleicht... Ja, bis wir's durchgespielt haben. Bis wir... Bis jede Insel abgebaut wurde und wir ne riesen Welt haben. Ja. Ja. Okay, dann geht's hier weiter in der nächsten Folge. Bei beiden wird die nächste Folge hochgeladen. Würde ich mal sagen. Mal wieder. Ja. Und dann... Bis zum nächsten Video. Bye, bye. Auf Wiedersehen. unsererиеă. Ciao, call��이 castra. Bis zum nächsten Mal.